Der Frühling kann nicht früh genug mit seinen Zeichen kommen. Ich habe heute den Kranichruf vom Himmel her vernommen. Und wir sind ja hier, um uns über Gesellschaft Gedanken zu machen und über Verflossenes. Wenn wir uns darüber Gedanken machen, ist die Gegenwart natürlich immer mit anwesend, die Zukunft natürlich auch. Und ich habe mal mit dem ersten Lied, da möchte ich Ihnen so eine eigene, ganz persönliche Spinnerei von mir vorstellen. Die allerdings gesellschaftsrelevant werden wird irgendwann, denn alles wird immer besser. Im Iglu auf dem Eski-Mond kam heute früh ein Kind ans Licht. Es wird nicht angemeldet, weil keiner dort die Akten züllt, sobald sich er ins Leben brüllt. Die Ordner fuhren kurzerhand im letzten Winter angebrannt. Die Leute hinterm Eski-Meer, die lieben eben Wärme sehr und eben auch die Kinder. Die Leute hinterm Eski-Meer, die lieben eben Wärme sehr und eben auch die Kinder. Die Leute hinterm Eski-Meer, die lieben eben Wärme sehr und eben auch die Kinder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser ersten Veranstaltung im neuen Jahr, die wir heute mit der Konrad-Adenauer-Stiftung hier Ihnen vorstellen. Der DDR-Staat und Situationen zu dieser Wanda-Ausstellung Mythos und Wirklichkeit, wie die SSB-Diktatur den Alltag der Bürger bestemte. Dazu werden anschließend noch Aussagen gemacht, meine Damen und Herren. Als wir uns vorhin auf die Veranstaltung vorbereitet haben, da wurde ich angesprochen von einer Dame aus dem Publikum, die sprach mich an und sagte, sind Sie der Bürgerrechter, ehemaliger Bürgerrechter? Ich sagte, ja, und Ihre Frau? Ich sagte, Freierklier, ach, das ist mir jetzt nicht eingefallen. Ja, Sie machen so viel über Geschichte, ne? Ich sage, ja, ich mache viel über Geschichte und ich werde noch so lange auch über Geschichte machen, bis der Letzte aufgehört hat, schön zu färben. Denn wenn jemand mehr schön färbt, dann hat es jeder begriffen und dann muss man ja nicht ewig drüber reden. Da kann man ja auch über andere Dinge reden, wenn man es begriffen hat. Das ist nie gewesen, das war niemals wahr. Ach, wir waren im Leben niemals in Gefahr. Aus den, aus den offenen Wunden fließt jetzt rote Wein, nur die schon verblutet können nicht verzeihen. Können sich nicht besaufen an Vergesslichkeit, weil sie sich verletzten vor der rechten Zeit. Wir konnten halt nicht warten, ach du, das ist dumm. Was uns jetzt gesund macht, brach uns gestern um. Das ist nie gewesen, das war niemals wahr. Ach, wir waren im Leben niemals in Gefahr. Das war der Titel des letzten Programms, was ich in der DDR aufführen durfte, als ich dann im Februar 1988 in den Westen gefahren wurde. Da hatte ich erst mal keine Gründe mehr, über die DDR zu reflektieren, damit ich den Menschen nicht immer, sagen wir mal, der Veteran dieser DDR-Bewegung gewesen bin. Da wirst du ja irgendwie auch zur Mumie und das wollte ich nicht. Naja, und da hab ich aber trotzdem wieder stehen, immer, immer, trotzdem immer noch gesungen, weil es hält. Hoffnung kommt nicht vor der Trauer, Rettung kommt von Ohnmacht nicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. Leben ist von kurzer Dauer, keine Zeit mehr für Verzicht. In den Wirren deiner Strähnen muss ich dir nicht widerstehen. Abgestürzt vom Rand der Tränen kann ich in dir untergehen. Abgestürzt vom Rand der Tränen kann ich in dir untergehen. Abgestürzt vom Rand der Tränen kann ich in dir untergehen. Es geht heute um die Ausstellung DDR-Mythos und Wirklichkeit. Ein Mythos ist eigentlich eine archetypische Erzählung aus längst vergangener Zeit. Ich habe gerade die letzten Tage mit Menschen aus der politischen Bildung getagt und eine Mutter einer Fünfjährigen erzählte, als sie neulich aus ihrer Schulzeit berichtet habe, hat die Tochter sie gefragt, Sag mal Mama, haben da die Dinos noch gelebt? Und ich glaube, das sagt etwas über das Verhältnis von Kindern zur Zeit und von den Schwierigkeiten, in die Vergangenheit zurückzugehen, die vor der Zeit unserer Kinder liegt. Und ich glaube, diese Ausstellung ist geeignet, hier ein paar Tiefenbohrungen anzusetzen und zu schauen, wo entlang man Fragen stellen kann und wo man vielleicht neu hier aufwecken kann. Für die Staatssicherheit waren Legenden in der Verwendung glaubhafte wahre oder glaubhafte unwahre Behauptungen, mit denen sie also versuchten, das Geschehen in der DDR zu lenken und zu steuern, sich selber zu tarnen, andere in die Irre zu führen. Also Legenden haben eine vielfältige Funktion und wir müssen mal schauen, was nun diese Ausstellung über diese Legenden sagt. Wenn man sich anschaut, am Anfang hatten diese Vorformen der Staatssicherheit alles in allem Mitte der 50er Jahre 5000 Mitarbeiter. So viel hat heute der Bundesnachrichtendienst für die ganze Bundesrepublik Deutschland. und am Ende waren es fast 100.000 Mitarbeiter und noch einmal so viele inoffizielle Mitarbeiter die Spitzen. Das ist eine Dichte von Spitzen und Geheimpolizei-Mitarbeitern, wie es sie übrigens auch in keinem anderen sozialistischen Staat gegeben hat. Nirgends waren so viele Menschen für diese Geheimpolizei tätig, wie in der ehemaligen DDR pro 1000 Bevölkerung. Ja, wenn man in der DDR was gekriegt hat, das war doch was, da war man doch richtig glücklich, wenn man endlich was ergattert hatte. Heute kriegt man ja alles einfach so. Ja, das ist ganz zwiespältig. Und dann gibt es aber natürlich auch die anderen, die sagen, naja, wir hatten doch alles, was wir brauchen. Aber wenn man sich das anguckt, dann hatte ein Sozialhilfeempfänger im Westen ungefähr den materiellen Wohlstand eines Facharbeiters im Osten, und das wollten eben viele nicht wahrhaben. Das ist eine der großen Frustrationen, die es nach 1990 gegeben hat, diese Erkenntnis, dass tatsächlich die DDR pleite war. Es gab zwar auch in der DDR damals schon Informationen, aber die waren natürlich streng geheim. Ein Bericht vom Herbst 1988 spricht davon, dass also schon 1982 die DDR eigentlich zahlungsunfähig war und sich nur dank der Kredite aus dem Westen überhaupt halten konnte und im Grunde genommen eine Absenkung dieses DDR-Lebensniveaus, wie ich es eben beschrieben habe, um mindestens ein Drittel nötig gewesen wäre, um überhaupt als Staat weiter existieren zu können. Ein ebenfalls oft, gerade heute in den aktuellen Diskussionen, eine Rolle spielender Mythos ist der vom Bildungssystem der DDR. Das tolle Bildungssystem. Bis zur 10. Klasse alle gemeinsam an einer einheitlichen, landesweit einheitlichen, politischen Oberschule. Und dann gibt es ein paar, die dürfen dann Abitur machen und studieren. Das Ergebnis, liebe Leute, war, 10% der jungen Leute durften Abitur machen. Heute sind es bis zu 40. Und anschließend war es mit der Studienwahl ja auch nicht so doll. Man durfte überhaupt nur Abitur machen, wenn man den richtigen Studienwunsch hatte und wenn man am Ende auch noch ideologisch einigermaßen gradlinig war. Also Mitgliedschaft in der FDJ war relativ verbreitet. Die Voraussetzung, es gibt ein paar Ausnahmen, ich gehöre dazu. Deswegen muss ich da etwas zögern an der Stelle. Das hatte aber politisch operative Gründe. Jedenfalls, also die Frage Ideologie war ganz vorne dran. Es gab eine Kommission, die hat entschieden über die Aufnahme in die EOS. Die bestand aus dem Beauftragten des Wehrbereichskommandos. Also die Frage zukünftig NVA oder nicht und wie lange zur NVA spielt eine große Rolle für die Jungs. Dazu gehörte der Kreissekretär der FDJ. Dazu gehörte der Direktor der aufnehmenden EOS und jemand vom Kreisschulrat. Höre niemand von der Schule, aus der der Schüler kam und schon gar niemand, der nicht in der Partei war. FDJ war in der Partei, NVA war in der Partei, SED-Kreisleitung sowieso, also um der Kreisschulrat auch. Also das war wieder eine reine Parteientscheidung und sie wurde gefällt aufgrund der Beurteilung der Schule, wo also diese ideologische Frage eine hervorragende Rolle spielte und im Zweifel wurde auch noch eine Beurteilung der Staatssicherheit dazu geholt. Dieser antifaschistische Mythos gehört, glaube ich, zu dem, was am allerstärksten fortwirkt aus der DDR. Die DDR war das bessere Deutschland, weil sie doch so antifaschistisch war. Es stimmt eben einfach nicht. Die SED hat Nazis aufgenommen. Die SED hat die NDPD gegründet, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die extra dafür da war, ehemalige kleinere Nazifunktionäre aufzunehmen und gleichzuscheiden. Und sie waren dann auch in der Regel sehr dankbar dafür und haben kräftig am Aufbau des Sozialismus mitgewirkt, was immer das in der Ideologie dann gerade hieß, weil sie durch die Mitgliedschaft in dieser Partei automatisch entnazifiziert galten und eben als unschuldig galten im Sinne dieser Gesetze. Das war die Partei der Wendehilfe. Und natürlich haben die Leute das beobachtet. Die Leute sind ja nicht doof. Die haben das gesehen. Der ehemalige Nazifunktionär ist jetzt also plötzlich bei der SED oder bei der NDPD und ist wieder ganz vorne dran. Und dadurch war dieser ganze Antifaschismus im Untergrund von vornherein unglaublich. Er ist nie wirklich angekommen. Und trotzdem hatte das natürlich auch eine hohe Plausibilität. Denn nach dem Nationalsozialismus, nachdem diese Verbrechen bekannt wurden, konnte man ja nur antinationalsozialistisch sein. Und dadurch war die SED immer wieder in der Lage, doch auch viele Leute einzufangen. Das alles sind Dinge, die, denke ich, dazu beigetragen haben, dass am Ende DDR-Jugendliche das Gefühl hatten, wenn wir diesen scheiß Staat, wie es dann in den Parolen zum Teil steht, was anhaben wollen, dann am besten mit nationalsozialistischen Parolen. Also wir haben dann in den Stasi-Akten die Vorkommnisse, Russen raus, Juden raus, scheiß Staat. Eine Parole auf einer Wand. Und das ist dann ganz typisch, dass sich das zusammenzieht, weil eben das überhaupt nicht aufgearbeitet worden ist und weil man sich so schnell entschulden konnte. Oft bieten Mythen die einfache Antwort. Gemeinsames Lernen bis Klasse 10. Den Sozialstaat, allen das Gleiche. Das kennen wir alles. Aber die einfachen Antworten funktionieren nicht, das wissen wir. Und deswegen ist, denke ich, diese Ausstellung eine Botschaft an uns. Heute zu lernen, dass es eben die einfachen Lösungen nicht gibt. Wenn man nämlich genau hinschaut, dann waren sie entweder keine Lösungen, dann waren sie auch vertreten. Oder sie haben das Problem nicht gelöst. Aber wir müssen lernen, dass diese Versprechen immer Lügen sind. Dass die einfachen Versprechen immer gelogen sind, dass sie niemals eine Lösung bringen. Vielmehr lohnt es sich, den Mut zu haben, sich der Wirklichkeit zu stellen. Und dann lernen wir aus der DDR-Geschichte, dass sich das Leben in der Wahrheit, wie es Max Lappabe genannt wird, das Leben, das dem Leben dient, immer lohnt. Dass es sich immer lohnt, um die wirklichen Lösungen zu ringeln, die einfachen Antworten zu hinterfragen. Und das geht in der Demokratie eben einfach viel besser als in der Diktatur. Und dazu mögen wir diese Ausstellung beitragen. Morgen hast du Gelegenheiten mit Schülern das zu tun. Und ich sage es alle ein, sich hier zu vertiefen. Vielen Dank. Selten hatte es einer Rednerin vermocht, mich über eine so lange Zeit so zu fesseln. Was für eine flammende Posa. Ich möchte nahtlos mit ein paar Versen anschließen. Au Partei, du Druckverband auf den offenen Wunden. Unter dir wird's Vaterland auch weiterhin gesunden. Nur die frische Blutzufuhr, die hast du unterbrochen. Mit der Zeit hat jeder Mull nur übel noch gerochen. Dass deine Organe doch und trotzdem funktionieren, ist ein Wunder der Natur. Die müsste glatt krepieren. Ohne jenen Lebenswinter ständigen Erneuerung taugt der allerbeste Wald am End nur zur Verfeuerung. Oder meine Mutter, da kam die Stasi auf die Post, sie war Briefträgerin in Weida. Und da sagte die Chefin, Frau Kraftschi, kommen Sie mal bitte rein. Da sagt sie, das ist mir ja was früh. Wo geht es doch um, als Erste rauszukommen aus dem Postamt. Und dann saß bei der Chefin, saß einer, der hat sie gebeten, Briefe an bestimmte Leute auszusortieren. Und da sagt meine Mutter, ich bin Briefträgerin und keine Hafennutte. Und dann habe ich gefragt, na und was hat er dann gesagt? Da sagt sie, na denkst du, das habe ich mir noch angehört, um die Zeit war ich sonst schon immer auf der Gerrer Straße. Also es hängt wirklich davon ab, wie weit sich ein Mensch mit seiner eigenen inneren, wackeren und gesitteten Haltung eben durchgesetzt hat. Es gab viele Fälle, wo man ohne große Folgen Nein sagen konnte. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, weswegen diese Schönfärberei dann eben noch so akut ist. Weil natürlich will keiner irgendwie sagen, naja, ich habe mich irgendwie auch scheiße verhalten. Es ist immer ein bisschen Selbsterkenntnis. Das wäre ja schön, nicht nur in diesem Bereich. Ich singe jetzt ein Lied nach dem Text von Bertolt Brecht, das Lied des Speichelleckers. Denn ohne Speichelleckerei, da würde, glaube ich, keine hochzivilisierte Gesellschaft existieren können, oder? Und meine Seele kommt in Aufruhr, alles in mir revoltiert, wenn ich einen Menschen sehe, der mit Recht von jedermann gemieden wird. Er hat es sich selber zuzuschreiben, dass er nicht mehr da ist für die Stadt. Soll ich mit ihm auf Grußfuß bleiben, den die Obrigkeit gezeichnet hat? Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, das ist mir nicht möglich. Was er immer auch getrieben darf, kommt es gar nicht an. Er ist oben nicht gut angeschrieben und damit ist er für mich abgetan. Jedes andere Gefühl hat da zu schweigen. Er ist oben unbequem. Soll ich mich in seiner Nähe zeigen? Soll man von mir sagen, der sprach auch mit dem? Nein, das ist mir nicht möglich. Warum hat er sich's verdorben, hätte er besser aufgepasst? Solch ein schlechter Ruf ist rasch erworben und dann ist man eben oben dann verhasst. Nein, wenn man einen guten Herrn beleidigt, wer ihm frech die Stirne bot, soll man von mir sagen, ich hab den verteidigt? Soll man von mir sagen, ich bin rot? Nein. 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 Wenn wir uns um Wahrhaftigkeit bemühen, dann haben wir uns die nächste Generation im Auge, die, die nach uns kommen. Denn für die wollen wir ja diese Zeit aufarbeiten, die geschehen ist, damit sie nicht wieder dieselben Fehler machen. Also das sollten wir viel ernster nehmen und gerade was diese Informationen über die Wesensheiten angeht, die müssen besonders positioniert werden, sonst gehen die einfach in diesem ganz großen Schwall unter. Und ich finde, das ist auch so die Aufgabe des erwachsenen Menschen, so diese Wesensheiten so richtig bei der Charakterbildung zu positionieren, dass es auch dann zu diesem schönen Einfluss kommt. Und ich möchte zum Abschluss für mir ein Lied singen für die Kinder dieser Welt. Unser Sohn hat ein schönes Lachen. Unser Sohn hat ein schönes Lachen, erfrischend wie ein Kippen. Und wenn wir unsere Späße machen, jeden Tag lacht er klar und hell. Die Hände fangen gerade an zu begreifen, die Augen sind ganz wach und ungetrübt. Unmissverständlich gibt er seine Zeichen, dass Freude tief in seinem Herzen liegt. Unser Sohn hat ein schönes Lachen, erfrischend wie ein Kippen. Und wenn wir unsere Späße machen, dann lacht er klar und hell. Er liebt es einen Hand, ihn unterzurollen und sitzt schon fast alleine, wenn er will. Er schöpft noch aus dem Ganzen, aus dem Vollen und wird an Mamas Brüste still. Unser Sohn hat ein schönes Lachen, erfrischend wie ein Kippen. Unser Sohn hat ein schönes Lachen, erfrischend wie ein Kippen. Und wenn wir unsere Späße machen, dann lacht er klar und hell. Unser Sohn hat ein schönes Lachen, unser Sohn hat ein schönes Lachen, erfrischend wie ein Kippen. Und wenn wir unsere Späße machen, dann lacht er klar, dann lacht er klar und hell. Und ich habe, gerade wenn es um Sprache geht, also dass man was erzählt, wie Sie sagen, ich meine, da muss man natürlich das Erzählen auch ein bisschen pflegen. Also wenn man heute die Sprache, ich finde die Sprache verarmt zu sehr, wir gewöhnen uns die Adjektive ab und wenn du kommst aus dem Kino, wirst du gefragt, wie war es so cool. Da bleiben keine Fragen mehr offen. Hätte der selber den Eindruck bezahlt, soll ich das jetzt auch noch erzählen. Dafür ist ja die Zweidimensionalität da, dass man die dritte Dimension nicht in Anspruch nehmen muss, nämlich die Sprache. Und ich plädiere mit dieser Zugabe, plädiere ich an die Sprachfähigkeit der Generation untereinander, der Menschen überhaupt untereinander, muss aber konstatieren, das könnte besser sein und das Problem nicht so drastisch in das Menschreich zu stellen, habe ich es ins Tierreich gestellt. Das heißt Hundeliebe. Ein Hund liebt eine Hände, kann nichts dagegen tun. Er hängt an seiner Kette und träumt von seinem Huhn. Es piekt in seiner Nähe, er liegt vor mir im Treck. Und wenn er leise drin sitzt, dann läuft sie vor ihm weg. Denn sie versteht nicht seine Sprache. Denn sie versteht nicht seine Sprache. Immer früher am Morgen, der Hahn kräft auf den Mist. Das heißt, die eine weiß schon, wer am schönsten ist. Die scherzt sich einen Teufel um den verliebten Mund. Und wenn er weiß drin sind, heißt das, mein Herz ist da. Doch sie versteht nicht seine Sprache. Doch sie versteht nicht seine Sprache. Die Liebe breit wie Feuer, gerne bitte must. Ach, wenn sie doch nur wusste, was sie für ihn ist. Er hängt an seiner Kette, kann doch nicht zu mir hin. Und wenn er leise drin ist, erschrickt sie bloß vor ihm. Und wenn sie versteht nicht seine Sprache. Und sie versteht nicht seine Sprache. Denn sie versteht nicht seine Sprache. Und alle. Und alle. Denn sie versteht nicht seine Sprache. Alle, alle, alle. Denn sie versteht nicht seine Sprache. Vor der Zimmer, vor der Sekrand. Denn sie versteht nicht seine Sprache. Und letztes Mal. Denn sie versteht nicht seine Sprache. Denn sie versteht nicht seine Sprache.